Und herzlich willkommen zu einem kleinen RPG-Maker-Video. Ja, ich habe mein kleines Speed-Bild. Ich habe unsere Höhle fertig gemacht aus dem Stream. Sieht so ganz hübsch aus. Wenn ihr wissen wollt, wie sie aussieht, guckt euch einfach das Video an. Ich habe es ein bisschen Speed, also ein bisschen beschleunigt, das Bauen. Ich saß da, weiß ich nicht, irgendwie 30 Minuten drin oder sowas. Oder ein bisschen länger, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hier auf der Karte habe ich auch noch was gemacht. Ansonsten viel Spaß beim Video und wir sehen uns in einem anderen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020